Neuigkeiten aus Lapland und es ist doch schön, wenn man einen Film schnell und einfach einordnen und kategorisieren kann. Das kann man bei diesem Film auch direkt in der Eröffnungsszene. Wir befinden uns im Jahr 1984. Wir haben eine alleinerziehende Mutter namens Nina. Die ist eigentlich dabei, einen Weihnachtsbaum für die Familie zu besorgen, hat auf dem Heimweg aber einen kleinen folgenschweren Unfall, bei dem die Fensterscheibe des lokalen Nachrichtensenders dahin geht und weil sie die 10.000, die Bezahlung für dieses Fenster in Höhe von 10.000, ich kenne die Währung schon gar nicht mehr, nicht anbringen kann. Neuigkeiten aus Lapland und das ist so ein Fall, wo man den Film direkt in den ersten Minuten perfekt einordnen kann. Wir sind in Lapland im Jahr 1984. Wir haben die junge Mutter Nina alleinerziehend, die einen Weihnachtsbaum im Wald schlägt, dummerweise auf dem Heimweg einen blöden Fehler macht und infolgedessen beschädigt sie die Scheibe des örtlichen Nachrichtendienstes und weil sie diese Reparatur nicht bezahlen kann, bietet sie an, für diesen Nachrichtendienst zu arbeiten, um ihre Schulden abzustottern. Der deutliche Chef hat aber keinen Bock auf schlechte Nachrichten und weiß gar nicht, was er von der jungen Frau annehmen soll, aber schon bald gebietet sich eine wahre Story, denn sie hört nachts einen gewaltigen Knall und da kurz darauf im Ort Soldaten auftauchen, ist sie sicher, dass da eine russische Rakete eingeschlagen ist und dann wird es immer verwirrter. Wir haben am Anfang wirklich den Eindruck, es hier mit einer seichten, netten Komödie zu tun zu haben. Ich meine, das gibt der Titel auch her und dann wird es auf einmal zu einer Art Krimi. Nach Thriller ist schon zu hart gesagt, aber diese junge Frau beginnt zu ermitteln, stößt überall auf Widerstand und der Ton des Films wird stetig ernster. Da gibt es auch noch einen jungen Piloten, der stetig dazu kommt und so vergehen fast zwei Filmstunden, die mich leider wenig beeindruckt haben. Irgendwie habe ich da keinen Kopf in diese Story bekommen und dieser Genre-Twist ist schon zu hart gesagt, aber nach dem sehr witzigen Beginn macht der Film dann doch nüchtern und ernsthaft und hat mich selber komplett außen vor gelassen. Allerdings bin ich da eine Einzelmeinung, weil ich glaube, da haben andere viel mehr mitgenommen oder sind viel besser in diese Story reingekommen. Der Film spielt in den 80er Jahren und gibt zumindest ein glaubwürdiges Bild aus dieser Zeit ab. Das hat schon einen gewissen Spaßfaktor und einen gewissen Wert und es ist letztlich wieder so einer dieser kleinen Filme, die sich auch nur einem kleinen Publikum erschließen, weil wer geht sich finnische Filme im Kino angucken? Das sind, glaube ich, eher weniger. Und deswegen will ich den Film weder empfehlen noch davon abraten, auch wenn ich ihn jetzt mit zwei von fünf Punkten abstrafe. Das ist einfach spaßig begonnen. Man ist auf einen launigen Film eingestellt und dann wird es auf einmal todernst. Das ist nicht das, was man so unter einem schnellen, leichtverdaulichen Film erwartet, aber kann ja auch gut sein. Deswegen habt ihr von dem Film schon mal gehört. Was fällt euch dazu ein? Wollt ihr euch denn angucken? Was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr mir immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Tschau.